So, einen wunderschönen guten Nachmittag hier zum Webinar Metatrader 4, Metatrader 5 und den zugehörigen Add-ons. Ich habe gerade schon geprüft, ob ich zu hören und zu sehen bin. Es kam hier ein Jahr, von daher starten wir jetzt durch ganz kurz vorab, aber auch nochmal, auch wenn wir jetzt hier höchstwahrscheinlich nicht traden werden, aber nichtsdestotrotz will ich den Risikohinweis nochmal ganz kurz einblenden. Achtet grundsätzlich beim Traden bitte darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, beziehungsweise euch natürlich Gedanken zu einem Stop-Management macht, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Wir werden dort heute auch nochmal, denke ich, so im zweiten Teil oder im letzten Drittel darauf eingehen, wo man dann eben auch Positionsgrößen einstellen kann, dass man da so ein bisschen drauf achtet und dass ihr eben natürlich, dass ihr alles, was ich sage, wenn ich mich vielleicht sogar hier auch ein wenig auf die Marktsituation, das ein oder andere Kommentar gebe, dass ihr das definitiv, und das ist eigentlich das Wichtigste, nicht als Handelsempfehlung seht, sondern lediglich natürlich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu euren eigenen Analysen und zu eurem eigenen Trading, also definitiv keine Handelsempfehlung. So, gut, dann können wir das auch wegklicken und wir starten hier mal mit der Website von jfdbank.com beziehungsweise kann man hier auch nach wie vor noch jfdbrokers eingeben. Man landet natürlich trotzdem auf der Website der jfdbank. Vor einigen Monaten wurde ja aus jfdbrokers die jfdbank mit dem Hintergrund, dass sich hier zukünftig auch noch mehr tun wird bezüglich Investmentmöglichkeiten und so weiter und so weiter. Also wir sind hier, beziehungsweise nicht wir, sondern jfd ist hier am expandieren und es wird wie gesagt in Zukunft da noch eine ganze Menge mehr geben. Ich will mich auch ganz kurz noch vorstellen, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Markus Klebe. Man kennt mich mittlerweile, da ich relativ oft und häufig am Tage bezüglich des Researches für jfd tätig bin. Als selbstständiger, freiberuflicher Trader bin ich hier für jfd tätig und bin hier zum einen auf dem YouTube-Kanal. Da können wir jetzt mal drauf gehen, wenn wer den YouTube-Kanal von jfd noch nicht kennt, einfach natürlich auf die Seite von youtube.com gehen und dann geben wir hier einfach oben in dem Suchfeld jfd und dann einfach mal Bank, Moment, jfd Bank eingeben, Enter drücken logischerweise, das kennt man und dann landet man hier schon bei dem Kanal und darunter sieht man dann schon den Christian Kemmerer und auch meine Wenigkeit mit entsprechenden Livestreams. Dann geht man hier einfach mal auf den YouTube-Kanal drauf und dann hier entsprechend mal auf Videos und dann sieht man, dass wir hier doch ein ganz größeres oder größeres weitgefächertes Angebot haben an Livestreams, täglichen Livestreams, also wo wir zu bestimmten Uhrzeiten hier auf dem YouTube-Kanal online gehen, die aktuellen markttechnischen Situationen abklopfen. Der Christian Kemmerer macht das vorrangig im Forex-Bereich, beleuchtet ab und zu auch mal Bitcoin, Gold, Silber, all diese Geschichten und meine Wenigkeit. Ich konzentriere mich natürlich auch auf so die Major-Währungen oder eben auch mal auf die Commodities wie Öl oder Gold, aber vorrangig am Morgen geht es hier um den DAX und natürlich auch immer mit dem Blick auf die US-Indizes und am Nachmittag beleuchten wir etwas vorrangiger die US-Indizes und dann natürlich auch die Währungen gegebenenfalls oder eben auch Gold. Also hier seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, jeweils zu diesen Livestreams dabei zu sein und man kann sich das natürlich dann auch hier im Nachhinein immer anschauen auf dem YouTube-Kanal. Dann gibt es auch teilweise noch Livestreams auf Englisch oder auch eben entsprechend Webinare, wenn wir nach unten scrollen. Ja, die Trading-Wochenanalyse am Wochenende, auch immer sehr interessant, neben auch sehr, sehr viele Trader in Anspruch, diese sich anzuschauen. Da schaue ich am Wochenende immer so ab Freitagabend bis Sonntagabend irgendwann. Also da lasse ich mir die Freiheit, mir das am Wochenende einzuteilen. Aber es kommt regelmäßig am Wochenende diese Trading-Wochenanalyse, wo ich auf DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold eingehe, so ein bisschen schaue, was ist in der vergangenen Handelswoche passiert, was könnte hier zukünftig passieren, wo wir eben auch wirklich eindeutig für diese Woche gesagt haben, erst mal der Fokus auf der Long-Seite in den Indizes und bis auf jetzt gerade ein wenig Druck auf der Unterseite, was wir allerdings auch ein wenig so uns angeschaut haben und hier an entsprechend richtungsentscheidende Bereiche dann wiederum in den Livestreams festgelegt haben, ist das jetzt gar nicht so schlimm, dass die Märkte etwas abgeben, denn die Gedanken des Longs sind jetzt erst mal Adapter zu legen. Aber hier habt ihr eben ein weit gefächertes Angebot, wer es noch nicht kennt, einfach mal reinschauen. Wenn ihr da irgendwie Fragen habt, könnt ihr natürlich zum Trading. Ihr habt jedes Mal die Möglichkeit, live Fragen zu stellen in den Livestreams, aber dann eben auch, da gehen wir zurück auf die Seite von JFD, unter dem Punkt Research, unter dem Punkt Webinare und Events, habt ihr die Möglichkeit dann entsprechend diese Livestreams dann auch wieder zu finden, aber zusätzlich, was nicht aufgezeichnet wird, auch nicht öffentlich zur Verfügung steht, haben wir regelmäßig einen Live-Trading-Room, der auch von meiner Seite dann abgehalten wird oder vorrangig. Wir planen jetzt auch zukünftig, dass vielleicht mal ein paar andere Trader dann auch ihr Können unter Beweis stellen oder dann eben auch diesen Live-Trading-Room mal abhalten werden, aber wir hatten das heute zum Beispiel morgens um 9.15 Uhr, gestern hatten wir dann auch nachmittags einen Live-Trading-Room um 15 Uhr, jetzt haben wir gerade hier das Webinar und da habt ihr die Möglichkeit dann einfach euch hier, genauso wie ihr euch jetzt hier für dieses Meta-Trader-Webinar angemeldet habt, einfach draufklicken, auf Anmelden gehen und dann ist das relativ einfach, dass man sich dann auch für diesen Live-Trading-Room anmelden kann und ich muss es oder ich wiederhole es gerne natürlich immer wieder, weil immer auch wieder die Frage kommt, Mensch, wie kann ich mich denn nur anmelden? Für diejenigen, die neu sind, ja klar, das ist relativ einfach, kostenlos, keine großartigen Probleme und da geht es morgen dann zum Beispiel auch wieder um 9.15 Uhr, nachdem wir diesen Livestream Dax Long oder Short gemacht haben, ist das quasi so ein nahtloser Übergang, kurze Pause und dann rede ich hier im Prinzip weiter und hier ist natürlich auch der Fokus dann wirklich auf dem Live-Trading und eben auch weiter zu schauen, wie kann man die Analyse dann gegebenenfalls in Trades umsetzen. Da liegen wir auch relativ häufig recht gut, also das ist schon recht interessant, wir können uns ein bisschen austauschen und vor allem, ihr habt immer wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu allem Möglichen, was das Thema Trading betrifft und nächste Woche geht es dann auch weiter mit dem Live-Trading-Room, also schaut hier gerne rein. Gut, dann starten wir hier nochmal mit der Startseite und es geht hervorragend heute darum, dass wir uns entsprechend mit dem Meta-Trader und mit dem Meta-Trader-Ad-Ons beschäftigen, dafür geht gerne hier auf den Punkt Trading auf der JFD-Bank-Seite dann einfach, Moment, dann einfach hier mal auf den Meta-Trader 4 oder auf Meta-Trader 5 klicken, das ist erstmal relativ egal, klickt da gerne drauf und dann scrollt hier, sehe ich gerade im Chat, David schreibt, gut, dass es euch gibt, das liest man natürlich gerne, wenn man hier helfen kann und auch natürlich eben mit Rat und Tat zur Seite steht so, also ihr klickt einfach dann auf den Punkt Trading, dann auf den Punkt Meta-Trader 4 und dann landet ihr wiederum bei einer Unterseite, da könnt ihr euch dann Informationen erstmal durchlesen zum Meta-Trader, aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, dann hier zum einen den Meta-Trader runterzuladen, ja, das sind wir sonst immer durchgegangen, klickt hier einfach drauf, das ist relativ selbsterklärend, ich möchte es heute gar nicht machen, sondern möchte eben euch kurz zeigen, wie kann man denn diese Add-Ons, die wir uns gleich im Meta-Trader anschauen werden, entsprechend installieren. Dafür sollte man natürlich vorher auch den Meta-Trader installiert haben, also hier dann eben auf Registrieren Sie sich gehen, dann eben gegebenenfalls Demo auswählen, wenn man erstmal sich versuchen möchte mit Spielgeld sozusagen oder man kann natürlich auch gleich ein Echtgeldkonto eröffnen, das geht alles unter dem Punkt Registrieren, selbsterklärend und ihr findet unter anderem eben auch auf dem JFT-YouTube-Kanal Videos, wo ich dann auch diese Registrierung erklärt habe, scrollt euch einfach durch, das findet man, das ist dann auch auf dem YouTube-Kanal eigentlich selbsterklärend. So und jetzt kommen wir hier, wenn ihr nach unten scrollt, hat man hier eben MT4 Plus Desktop-Version, kann man sich herunterladen, das ist der gleiche Link, der oben mit diesem Kontoeröffnungslink einhergeht und ihr habt hier drunter einen Punkt, alle Desktop-Add-ons auf einen Blick. Da klicken wir jetzt oder da klickt man einfach dann mal drauf und wird dann wiederum auf eine neue Unterseite kommen und dann auch wieder ein Stück nach unten scrollen, nachdem man sich vielleicht hier die Erklärung dazu durchgelesen hat. Man hätte hier die Möglichkeit auch direkt sich bestimmte Dinge, über die wir jetzt sprechen, von den Erklärungen her herunterzuladen. Man kann sich auch jeweils hier dann ein Handbuch entsprechend zu diesen Add-ons herunterladen, aber wir werden diese ja gleich dann uns direkt im Metatrader anschauen, deswegen will ich jetzt hier unten gar nicht so weiter darauf eingehen. So und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, MT4 Plus oder eben entsprechend MT5 Plus, euch die Add-ons herunterzuladen. Hier ist es wichtig zu wissen, welchen Metatrader man installiert hat und ich würde an dieser Stelle grundsätzlich empfehlen, wer eben neu durchstartet, sich gleich mit dem MT5 zu beschäftigen, erst gar nicht auf den Metatrader 4 gehen. Der hat im Endeffekt aktuell noch den Vorteil, wenn man sich mit diversen externen Indikatoren beschäftigen möchte, wenn man dort eben irgendeinen Anbieter hat oder wer sich eben mit EAs auseinandersetzt, also mit Handelssystemen. Da ist es so, dass es mitunter bestimmte Anbieter gibt, die sich noch nicht auf den MT5 spezialisiert haben, sondern diese ganzen Angebote, die man da gegebenenfalls erwerben kann, teilweise auch kostenlos bekommt, dass diese dann nur für den MT4 da sind und nicht für den MT5. Alles andere ist in meinen Augen irrelevant und man kann sich direkt auf den MT5 stürzen, denn hier ist es ja auch möglich, dann entsprechend Aktien zu handeln, reelle Aktien über JFD, was man mit dem Metatrader 4 nicht machen kann. Da kann man zwar CFDs auf Aktien handeln, was im kurzfristigen Handel jetzt auch nicht so einen großen Unterschied macht, im längerfristigen Investmentbereich ist es schon ein Unterschied und da macht sich das Ganze natürlich dann interessant im Metatrader 5. Wir bleiben mal bei Metatrader 4, weil ich den aktuell auch immer noch nutze. Dann klickt man einfach mal hier drauf und dann seht ihr links unten, bei mir sieht man das, das ist halt bei Windows 10, denke ich, Standard oder auch bei anderen Windows-Varianten, dass dann eben das, was man sich downloadet, dann unten zu erkennen ist. Also ich habe jetzt einfach auf den Button geklickt, dann seht ihr hier unten, dass dann entsprechend ein Download stattgefunden hat. Hier kann man jetzt zum Beispiel doppelt draufklicken, dann öffnet sich bei mir automatisch das Download-Fenster. Wenn man das eben nicht hat oder nicht findet, dann einfach mal den Explorer aufmachen, also hier einfach diesen Ordner, diese Ordner-Funktion auswählen und dann hier einfach mal suchen, dann hat man den Punkt Downloads, den findet man bei mir jetzt hier zweimal und dann ist dieser Punkt Downloads offen. Dann seht ihr, dass ich jetzt hier entsprechend, ja, diese JFD-MT4-Apps, nennt sich das jetzt hier an dieser Stelle, einfach doppelt klicken. Es kommt hier irgendwo ein Fenster, ich weiß nicht wo. Moment, muss ich mal kurz schauen, warum das jetzt hier. Ich habe jetzt nochmal doppelt drauf geklickt, ja, bestätige dieses Feld, was jetzt hier kommt. Ah, jetzt geht es los, genau, weiß ich nicht, was da jetzt eben war. So, jetzt öffnet sich automatisch schon ein Menü, ja, und das ist relativ einfach. Ich installiere es jetzt für mich nicht, weil ich es ja schon habe, aber so ist es relativ einfach. Ihr geht dann einfach auf Install und dann ist das Ganze wiederum selbsterklärend und dann zeige ich euch gleich, wie man das dann eben auch sieht im Metatrader, ob es funktioniert hat. Solltet ihr hier Probleme haben, könnt ihr natürlich gerne an den Support schreiben oder eben auch mich kontaktieren in den entsprechenden Live-Streams, Live-Trading-Räumen, um dann entsprechend dort, ja, gegebenenfalls die Fragen zu beantworten. Somit klicke ich das jetzt weg. Ihr, wenn ihr es noch nicht habt, klickt dann einfach auf Install und dann installieren sich entsprechend dann auch diese Add-ons. Gut, dann gehen wir weg von der Website und gehen zum Markt. So, der Metatrader ist ja grundsätzlich, um das nochmal abzukürzen, eine Handelssoftware, wo man entsprechend alles, was angeboten wird an Märkten quasi handeln kann beziehungsweise sich erstmal vorrangig natürlich vom Chart her darstellen lassen kann und man benötigt natürlich idealerweise irgendwie eine Software, um an der Börse aktiv zu werden, ja. Und diese Aktivität kann man eben hier entsprechend mit einer Chart-Software vollziehen. Wenn man das eben neu öffnet, dann hat man hier unten nicht ganz so viele Reiter, wie ich sie habe. Ich habe hier sehr, 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 sehr viele Märkte offen. Das kann man dann hier eben mit diesen Pfeiltasten immer hin und her klicken. Aber das können wir vielleicht später alles nochmal durchgehen. Ich denke, die meisten von euch sind da auch schon ein Stück weiter und kennen sich so ein bisschen mit den MT4 aus. Ansonsten gerne dann auch im nächsten Webinar oder eben auch in den Videos, die da schon vorherrschen, da gehe ich auch nochmal eben grundsätzlich auf viele, viele Basics ein, die jetzt hier erstmal für heute nicht ganz so eine große Relevanz haben sollten. So, wie kann ich denn jetzt schauen, ob zum einen die Metatrader-Add-ons schon installiert sind für meinen Metatrader beziehungsweise wie kann ich diese dann sozusagen aktivieren? Wichtig ist immer nochmal, wenn ich das installiert habe, also diesen Installationsprozess, den wir jetzt gerade durchgegangen sind, wenn man das voll durchgezogen hat und man findet hier die Add-ons, ich zeige euch das gleich mal gleich, wo man exakt draufklickt, man findet das nicht, dann einfach nochmal den Metatrader schließen. Einfach hier oben einmal auf das Kreuz klicken, rechts oben und dann eben mit dem entsprechenden Icon den Metatrader wieder öffnen. Also quasi einmal resetten und dann sollte man hier dann, wenn man alles richtig gemacht hat, spätestens dann entsprechend auch sehen, dass diese Add-ons online sind. Wie finde ich das jetzt? Man kann zum einen auf den Punkt, also hier ist so ein kleines Icon, das ist alles ähnlich auch im MT5, also jetzt gehen wir das natürlich im MT4 durch, aber der grundsätzliche Kern, den ich jetzt hier erkläre, der ist genau so im MT5. Ihr sucht euch zum einen entweder hier oben den Punkt Navigator, das ist hier in diesem ganzen Bildchen hier oben drin in den Icons, oder ihr geht auf den Punkt Ansicht und sucht euch hier den Punkt Navigator. Also entweder auf Ansicht hier oben klicken und dann Navigator anklicken, man könnte sogar STRG und N klicken, dann öffnet sich das auch oder man klickt hier direkt, wenn man das Icon hat, auf dieses Icon. Ich klicke jetzt einfach mal auf dieses Icon und dann öffnet sich hier links quasi so ein Navigator, Navigator, weil ich damit eben durch diese ganzen Indikatoren etc. durchnavigieren kann. Und dann öffnet sich das, wer das von früher kennt, so war ja früher Windows aufgebaut mit den ganzen Ordnern. Und dann ist es hier wichtig, nicht den Punkt Indikatoren sich anzuschauen, sondern vorrangig erstmal den Punkt Experten. Ich lese mal ganz kurz, kommt eine Frage. So, Hans fragt hier, kann man den MT4 und MT5 auch auf einen USB-Stick installieren, wenn man verschiedene Computer hat? Nein, meiner Ansicht nach geht das nicht. Man kann aber ohne Probleme auf all diesen Computern den Metatrader installieren. Das ist ja kein Problem, das kann man ja immer wieder machen. Man bekommt ja, wenn man eben den Anmeldeprozess durchläuft, eben entsprechend den Link zum Installieren. Den kann ich dann auf den verschiedenen Rechnern dann einfach mal den Metatrader installieren. Habe ich auch so gemacht. Ich habe den Metatrader auf all meinen Rechnern und ich habe eine ganze Menge davon. Habe den auf all meinen Rechnern drauf und dann kann ich gleichzeitig, auch wenn ich, ich habe jetzt zum Beispiel mit diesem Konto hier zwei Rechner laufen. Einer steht eben auf dem anderen Schreibtisch und ich kann auf beiden Rechnern in diesem Konto agieren. Oder man Stop verschieben oder sowas. Und das funktioniert. Also das beißt sich dann nicht. Und ich kann auch, wenn ich jetzt einen Hauptrechner habe, wo ich vielleicht auch all meine Einstellungen mache, dann kann ich mir entsprechend, aber ich will sogar so in die Tiefe jetzt gar nicht gehen, man kann sich dann entsprechend die Vorlagen abspeichern und die Vorlagen wiederum einfach auf den USB-Stick ziehen, dann auf dem nächsten Rechner einfach die Vorlage in den Vorlagenordner packen und dann sieht das Ganze vom Layout genauso aus. Beziehungsweise kann man eben sogar, Moment, gehen wir mal kurz drauf, das Profil hier speichern. Und dann kann man sich dieses Profil runterziehen und entsprechend beim nächsten Metatrader vier oder fünf dann entsprechend installieren. Also das geht. USB-Stick-Installation geht meines Erachtens nicht so einfach, weil er ja auch in die Registrie des Rechners reingeht. Gut, also das dazu. Zurück zu den Add-ons. Wir hatten ja gesagt, Navigator öffnen, dann hier Experten öffnen. Und dann sehen wir hier, alles was mit JFD davor steht, das sind diese Add-ons, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Ihr seht, dass ich hier zum Beispiel auch nochmal irgendwann den Stereo-Trader, das ist ja auch nochmal so eine Add-on-Software, irgendwann mal Probeweise installiert hatte, dass ich hier auch noch irgendwelche anderen Indikatoren oder eben Add-ons mit drin habe. Das ist nicht viel. Vorrangig geht es jetzt darum, um diese JFD-Add-ons. Das lese ich nochmal ganz kurz. Ah ja, Kasa, gehe ich gleich nochmal drauf ein, auf die Frage. So, also JFD und dann gibt es hier den Alarm-Manager, Korrelations-Matrix, Korrelations-Trader, Excel-RTD, Market-Manager und so weiter. Und wir gehen jetzt einfach mal von oben nach unten alles durch. Ich möchte euch grob von oben nach unten mal erklären, was ist das überhaupt, was kann man damit machen, inwiefern kann es einem beim Traden helfen und inwiefern muss man vielleicht auch den einen oder anderen Punkt beachten, wenn man damit tradet, weil es ist teilweise so, gerade diese Funktion Steals-Orders, dass dann entsprechend die Orders teilweise nicht auf dem Server liegen und wenn dann eben der Rechner abstürzt oder man den Metatrader schließt, dass dann die Orders gar nicht so im Markt liegen, wie man das gerne vielleicht möchte. Also das ist ein wichtiger Punkt und da gehen wir jetzt einfach mal relativ zügig von oben nach unten das Ganze durch. Ich starte mal mit dem Alarm-Manager, wie kann man das jetzt alles aktivieren? Ich mache es einfach immer so, ich glaube man kann auch doppelt klicken, aber ich nehme, also ich habe die Maus in der Hand, bin mit der Maus ja jetzt über dem Alarm-Manager, klicke die linke Maustaste, dann markiert sich das so und ziehe jetzt einfach mit der gehaltenen linken Maustaste dieses Feld, ihr seht die Maus ist so ein bisschen mit so einem Viereck da drunter, einfach ins Chartbild rein und lasse die linke Maustaste los, zack, kommt ein Fenster. Hier immer, also auch wenn man Indikatoren installiert, wenn man Add-ons installiert, kommt in der Regel dann nochmal ein Fenster, wo man diverse Einstellungen machen kann. In der Regel braucht man hier nicht großartig was tun, sondern das kann man meistens bestätigen, weil die Grundeinstellungen eigentlich schon so weit eingestellt sind, dass das alles dann funktioniert, aber man kann sich das gerne immer nochmal durchlesen und anschauen. Vielleicht kann man noch irgendein Häkchen machen, was einem viel mehr zusagt oder eben auch wichtig hier unten zu schauen, Live-Trading zulassen. Also wenn man jetzt hier, man kann teilweise mit den Add-ons auch in den Add-ons handeln, also dort Orders eingeben. Dafür muss natürlich Live-Trading zulassen aktiviert sein. Wenn man allerdings sich erstmal immer nur ausprobieren möchte und eben nicht Gefahr laufen möchte, dass man auf einmal einen Order live stellt, deswegen, ich nehme das Häkchen jetzt hier auch mal raus, weil ich habe hier in den meisten Webinaren, in den meisten Livestreams immer ein Live-Konto dahinter. Ich handle nicht auf ein Demo-Konto oder sowas. Auch in den ganzen Livestreams, Live-Trading-Räumen ist es immer ein Echtgeldkonto und auch kein Konto, wo nur 1.000 Euro drauf sind. Also hier stecken zum Beispiel, also bei diesem Konto jetzt sind es zum Start waren 25.000 drauf. Aktuell ist das natürlich dann eben entsprechend ein bisschen mehr, weil ich Gott sei Dank in den letzten Monaten auch ein bisschen Profit gemacht habe. Es ist allerdings nicht das Konto, was ich hauptmäßig handele. Also manche Trades werden hier nicht, mache ich hier mehr, manche Trades mache ich hier weniger, aber das tut jetzt auch nicht zur Sache. Ich will trotzdem, wenn ich mich ausprobiere, hier den Live-Handel nicht zulassen, klicke dann einfach auf OK. Und jetzt kommt dann meistens bei den Add-ons ein zusätzliches Fenster. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich habe hier einen Rechner mit einer sehr, sehr hohen Auflösung. Wenn man normal Full HD hat, dann ist diese grafische Einstellung hier schon gleich so, dass man es auch erkennt. Ich muss jetzt immer die Taste STRG drücken, drückt halten und das Mausrädchen nach oben drehen, sodass sich das hier für mich entsprechend von der Grafik her für Blinde quasi so ein bisschen vergrößert. Dann lasse ich die STRG-Taste auf der Tastatur wieder los und dann passt sich das an. Die meisten von euch müssen das wahrscheinlich nicht machen. Ich habe halt wie gesagt hier ein hochauflösendes Display und von daher ist das für mich immer von Nöten. Jetzt seht ihr hier schon so verschiedene Überschriften und ihr seht auch gerade, dass hier was rot geworden ist. Und das ist eine sehr, sehr gute Funktion. Es war mir zugegebenermaßen jetzt gar nicht so bewusst, weil wir hatten gestern erst diese Thematik. Es ist so gewesen, dass einer im Live-Trading-Ruhm ein bisschen Kopfschmerzen bekommen hat, weil er gestern eine Short-Position aufgebaut hat und dort vergessen hat oder es falsch gemacht hat, entsprechend einen Stopp reinzulegen und der Markt ging ja gestern stark nach oben. So und dann hatte ich schon gesagt, wir sind jetzt auch gerade noch dabei, da was zu programmieren. Und das ist natürlich ja dann günstig wäre, wenn ich in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel einen Alarmmanager habe, der mir dann sagt, Mensch, pass mal auf, du hast da eine Position, wo kein Stopp drin liegt. Und schaut mal, das Ding ist jetzt hier gerade rot geworden. Und jetzt schauen wir mal, ich habe nämlich, ich handle ja unter anderem eben auch Märkte wie zum Beispiel in VXX. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was das jetzt genau ist, aber hier handle ich ohne Stops. Ich will nicht jetzt besprechen, warum ich das so mache. Ich mache es in dem Fall mit diesen Märkten so, weil das eben keine klassischen Index-Märkte oder sowas sind, sondern ich handle teilweise ohne Stops. Und dieser Alarmmanager, da müssen wir uns jetzt wieder hochholen, der sagt mir das. Pass mal auf, du hattest jetzt hier, Moment, wir nehmen mal hier den Dow Jones wieder erstmal als Hintergrund. Du hattest jetzt hier gerade eine Position oder du hast eine Position offen, wo im Prinzip kein Stopp dahinter liegt. Also Handelsaktivitätsalarme und wenn man hier auf den Plus-Button geht, dann kann man sich hier völligst austoben. Da muss man sich wirklich mal ausprobieren. Also wenn wir uns jetzt hier nur mit dem Alarmmanager beschäftigen, dann sind wir in drei Stunden noch nicht fertig. Es gibt sehr, sehr viele schöne Funktionen. Man muss allerdings zugegebenermaßen etwas üben, dass man dann diese entsprechenden Alarme auch so handhaben kann, dass es passt, weil manchmal hat man eine kleine Einstellung, ein kleines Kreuzchen nicht so gemacht, wie man das gerne hätte und dann funktioniert es nicht. Also man muss sich schon damit beschäftigen. Es geht jetzt auch hier vorrangig nicht darum, dass ich jeden Punkt hier mit euch durchgehe, sondern einfach auch nur die Möglichkeiten zeige. Dann seht ihr, dass es hier Kontoalarme gibt, wo ich entsprechend, wenn das Konto bestimmte Grenzen nach oben, nach unten überschreitet, dass dann im Prinzip hier auch Alarme auftönen. Man kann diese Alarme entsprechend natürlich auch so einstellen, dass es dann Töne gibt oder eben das eben aufploppt. Also das kann man sich natürlich dann auch alles einstellen. Nachrichtenalarme. Also man kann hier sich dann damit beschäftigen, okay, Wirtschaftskennzahlen, die da wichtig sind. Wir hatten heute den Einkaufsmanagerindex, habe ich zugegebenermaßen jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ist für mich auch nicht so ein wichtiger Punkt. Aber der DAX bewegte sich so eine kleine Nuance nach oben. Und wenn man sich dort Alarme einstellen möchte, gestern 20 Uhr, FOMC-Protokoll, Non-Famperols, dann eben wichtige Wirtschaftskennzahlen, die zum Beispiel am ersten Freitag des Monats kommen und so weiter, dann kann man sich das hier einstellen und dann ploppt hier entsprechend dann auch der Alarmanager auf, wenn dann entsprechend diese Zahlen rauskommen. Und dann eben auch zum Beispiel Preisalarme, was natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Das geht aber auch normal im Metatrader. Also Preisalarme kann man auch relativ easy so einstellen. Kann man hier zusätzlich nochmal machen. Ganz simpel, wenn ich jetzt möchte, dass ich einen Alarm bekomme, wenn der Dow Jones wieder die 26.200 reißt nach oben, weil es dann vielleicht ein Breakout ist und ich dann agieren möchte, kann ich mir hier einen Alarm einstellen und dann vergesse ich das nicht, weil dann eben auch hier entsprechend ein Alarm ertönt. Das soll jetzt auch zum Alarmanager sein. Könnt ihr euch gerne mit beschäftigen. Ist eine interessante Geschichte. Aber bedarf ein wenig Arbeit, sich da so ein bisschen reinzudenken. Korrelationsmatrix will ich heute auch gar nicht so extrem machen. Ich ziehe das wieder. Ich mache das, zeige es noch einmal, aber dann mache ich es nachher dann relativ zügig. Man kann das markieren. Hält die linke Maustaste fest, zieht das Ganze in den Chart rein, lässt die Taste los, kommt wieder ein Feld. Kann man in der Regel direkt bestätigen mit OK. Und dann öffnet sich auch hier wieder ein zusätzliches Fenster. Auch hier muss ich bei mir wieder STRG drücken und das Mausrädchen etwas nach oben drehen, dass das alles für euch zum einen ersichtlicher ist, aber auch natürlich für mich, weil ich erkenne das dann auch nicht, wenn das so klein ist. Und was ist das wiederum? Wir gehen auch gleich mal auf den Korrelationstrader ein, was auch recht interessant ist. Man kann hier Korrelationen ablesen. Und hier machen wir mal eine Geschichte, denn das interessiert mich jetzt auch mal. Wir hatten heute im Livestream um 15.45 Uhr, da kam jemand und sagte, Mensch, schau dir doch mal den Hang Seng an und ob ich dazu eine Meinung habe. So, nun muss ich zugebenermaßen, der Hang Seng ist jetzt nicht der Markt, den ich täglich beobachte. Also konnte jetzt erstmal aus der Erfahrung der letzten Tage, was dort passiert ist, erstmal gar nichts sagen. Aber der Hang Seng ist natürlich auch ein Index, genauso wie es der SMP, der DAX, der Dow Jones, SMI und was es da noch alles gibt, ist der Hang Seng natürlich auch ein Index. Und grundsätzlich ist es erstmal so, wenn man jetzt zum Beispiel den DAX und den Dow Jones und den SMP miteinander vergleicht, dass diese Märkte relativ eindeutig positiv miteinander korrelierend sind. Was da bedeutet, auf den verschiedenen Zeitebenen, das kann man hier jeweils oben einstellen, aber grundsätzlich ist es erstmal so, da gibt es immer Ausnahmen. Ich will nicht über die Ausnahmen heute sprechen, aber um das grundsätzliche Verständnis zu diesen jeweiligen Add-ons. Der DAX geht nach oben und grundsätzlich kann man dann eben auch beobachten, dass höchstwahrscheinlich der Dow Jones eine Tendenz auf der Aufwärtsseite sieht, der SMP eine Tendenz auf der Aufwärtsseite sieht. So, und jetzt ist dieser Hang Seng natürlich auch ein Index. Und jetzt würde mich halt mal interessieren, ob der eben aktuell, wir haben davon gehört, dass in Hongkong ziemliche Krawalle herrschen, vielleicht läuft der aktuell gar nicht so positiv korrelierend. Das ist jetzt einfach die Information, die ich hier mal rausziehen möchte. Wir schauen nochmal ganz kurz, SMP und Dow Jones zum Beispiel. Und dann schaue ich mir das Ganze eben hier entsprechend an. Die laufen dann entsprechend natürlich hier, wo da die 98 steht, aufeinander. Und positive Zahlen, hohe positive Zahlen, 100 ist das Maximum, bedeutet eine sehr, sehr hohe positive Korrelation. Sprich, wenn der SMP steigt, steigt auch der Dow Jones. Und umgedreht, wenn der Dow Jones fällt, wird auch höchstwahrscheinlich der SMP fallen. Und hier kann man zum Beispiel solche Geschichten fahren, wenn dann der eine Markt vielleicht dem anderen ein wenig voraus ist. Kommt selten vor, aber kann passieren. Dann kann man natürlich vielleicht darauf setzen, dass der eine Markt den anderen ein wenig einholt. Und das sind so einfache Gedanken. Und wir sehen auch, dass der US 500, also der SMP, entsprechend dann hier mit dem DAX auch eine relativ hohe positive Korrelation aufweist. So, dabei belassen wir das. Dann führen wir jetzt nur nochmal ganz kurz ein neues Symbol hinzu. Und zwar, jetzt muss ich nur mal kurz überlegen, was hatten wir da heute gesagt? HK, ich glaube, heißt das Ding? Genau. HK Cash müsste das sein. Okay. Und speichern. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Dann werden wir selber erstmal gucken. Also normalerweise, Vorführeffekt, müsste das funktionieren. Ach so, hier hinzufügen muss ich erst klicken. Also Symbol eingeben, hinzufügen klicken, hatte ich jetzt nicht gemacht und auf Speichern gehen. Zack, haben wir den HK Cash hier unten mit drin. Jetzt braucht es ein Beilchen kurz, um zu rechnen, um sich anzupassen. Oder habe ich hier das falsche Symbol gewählt? Schauen wir nochmal ganz kurz. Moment, kurzer Ausflug. HK Cash. Nein, das ist der richtige. Gehen wir wieder zur Matrix zurück. Okay, Vorführeffekt werde ich das nächste Mal lösen. Wäre für mich mal interessant gewesen, ob sich eben hier, und das ist ja der Punkt, den wir wissen wollen, ob sich dann entsprechend auch relativ hohe Korrelationen zeigen oder ob man tatsächlich den Hong Kong, also den Hang Seng aktuell, als eigenständigen Markt sehen möchte, weil er vielleicht etwas schwächer ist als alle anderen. Gut, aber ich denke, ihr wisst, was man damit anfangen kann. Recht interessant, auch wenn man jetzt zum Beispiel Gold und EURUS-Dollar und all sowas miteinander mal vergleicht, halt Korrelationen und entsprechend sich das mal anschaut. Das genau, H4 bedeutet, dass das jetzt eben, dass die H4-Kerzen miteinander verglichen werden, davon 200 an der Zahl. Also er guckt sich die letzten 204-Stunden-Kerzen an. Man könnte jetzt hier auch eingeben, dass er sich quasi die letzten 230-Minuten-Kerzen anschaut. Und ihr seht, das rechnet jetzt hier relativ lange. Man könnte sich jetzt auch die letzten 500-Kerzen anschauen. Und jetzt schaut er im Prinzip die Korrelation der letzten 530-Minuten-Kerzen sich an. Und da sehen wir auch, dass wir zum Beispiel in den Indizes auch dort relativ hohe Korrelationen haben. Man könnte jetzt hier eben auch schauen, wie verhält sich das im 5-Minuten-Chart. Also da muss man sich auch mal so ein bisschen durchkämpfen und sich einfach mal damit beschäftigen. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, kommt gerne in den Live-Trading-Room oder in die Live-Streams. Ja, das ist eigentlich mehr für einen Live-Trading-Room, dass wir da eventuelle Fragen und Ansätze einfach mal miteinander besprechen. Ja, okay. Nächster Punkt, Korrelationstrader. Ziehen wir auch einfach wieder rein, bestätigen das mit okay. Und hier ist im Prinzip genau das, was ich euch gerade erklärt habe, nochmal optisch dargestellt. Okay, Ralf, beantworte ich gleich, wie ich ein Fadenkreuz einblenden kann. Gehe ich gleich nach diesem Add-on drauf ein, zeige ich dir relativ einfach. Das ist total easy, beziehungsweise können wir das gleich machen. Schau mal hier oben. Es gibt hier verschiedene Button. Einmal den Pfeil, den haben wir. Und wenn du hier auf das Fadenkreuz, auf dieses Kreuz klickst und dann wieder im Scharf bist, dann hast du im Prinzip dein Fadenkreuz. Relativ easy, nur dass man dann hier, wir klicken mal das kurz weg, ich klicke mal hier drauf, zack, dann habe ich so ein Fadenkreuz. Wenn ich dann einmal in den Markt reinklicke mit der linken Maustaste, ist dieses Fadenkreuz wieder weg. Dann habe ich wiederum nur die Maus. Dann muss ich wieder hier oben auf das Fadenkreuz klicken und dann kann ich eben oben und unten entsprechend dann Kurs oder Zeit ablesen. Also das ist relativ easy und relativ simpel. So, gehen wir mal auf den Korrelationsträder und heute lädt wieder mal alles relativ lange. Deswegen mache ich das fast mal theoretisch. Schaut euch das an, das geht vielleicht bei euch schneller. Es kann auch daran liegen, dass mein Rechner hier schon wieder einige Tage hintereinander an ist und mein Arbeitsspeicher so ein bisschen hinterher hinkt. So, ich hätte jetzt in diesem Fall zum Beispiel hier oben irgendwie den Gold-Chart. Ja, und ich habe hier unten dann in irgendeiner Art und Weise den Euro-US-Dollar-Chart. So, und hier kann ich einfach optisch die Charts miteinander vergleichen. Also wenn ich zum Beispiel den S&P und den DAX mir hier übereinander anzeigen lasse, dann sehe ich natürlich, dass dann grundsätzlich beide Märkte irgendwie aufwärts oder abwärts gleich tendieren und man sieht hier auch nochmal grafisch so ein wenig dargestellt mit diesem halbrunden etwas hier. Mal gucken, ob ich das gegebenenfalls auch ein bisschen größer dargestellt. bekommen, aber das bekomme ich nicht. Aber da sind auch die Charts schon. Sehr schön. Und dann machen wir das Ganze mal, dass ich euch das hier erkläre. Dann machen wir mal den US-500. Zack. Und wir machen hier unten mal den DE-30. So. DE-30 Cash. Zack. So. Ne, wir machen mal hier unten den US, weil die sind noch besser positiv korrigieren. US-30 Cash. So, zack. Euro-S-Dollar hat er hier unten noch drin, deswegen ist das jetzt ein bisschen. Machen wir doch wieder den DE-30 Cash. Zack. Und machen jetzt mal kurz F5. Einfach F5 immer mal drücken, also dieses Reaktivieren des Tools. Ja, genau. So. Also, wenn das irgendwie immer nicht hinhaut, F5 ist immer eine sehr, sehr gute Lösung. Ja. So, und jetzt haben wir zwei verschiedene Märkte genau übereinander gelegt. Ja. Und wir sehen erstmal, wenn man den ersten Blick drauf richtet, einfach so den ersten Blick, denkt man, Mensch, das ist ein Spiegel dazwischen. Ne. So, weil einfach die Märkte sich scheinbar irgendwie gleich bewegen. Wenn man allerdings natürlich ins Detail guckt, sieht man, dass zwar die Tendenzen in irgendeiner Art und Weise gleich sind, aber dass in Summe zum Beispiel der DAX etwas schwächer ist, weil er zum Beispiel, und das sind aber auch Nuancen, die man dann eben, ja, das, was wir eben auch tagtäglich teilweise machen, dass wir eben dann das immer auch rausanalysieren. Schaut mal, der DAX zum Beispiel hat hier dieses Tief schon rausgeholt, der S&P noch nicht. Also, man sieht grundsätzlich, klar, es geht hier nach unten, es geht hier nach unten, hier geht der DAX mehr oder weniger seitwärts, der S&P, der ist schon wieder so leicht aufwärts, wir haben in beiden Märkten aber hier oben einen Widerstandsbereich, das hatten wir auch gerade jetzt schon in den Analysen immer wieder besprochen. So, also ich kann mir hier grafisch einfach so eine Korrelation nochmal mit anzeigen lassen und wir sehen, dass beide Märkte eben auch hier, das ist das, was wir uns gerade in der Korrelationsmatrix angeschaut haben, schlussendlich positiv miteinander korrelieren. Den Nutzen dessen ist einfach, dass man sich merkte und wenn man einfach mal eine Frage hat, wie ist dann jetzt zum Beispiel, weiß ich, der kanadische Dollar mit dem Öl korrelieren, denn das sind ja auch so zwei Märkte, die eigentlich miteinander zu tun haben, ja, Gold mit dem Euro, US-Dollar, Gold mit irgendwelchen Indizes und so weiter, um hier einfach zu wissen, okay, wenn jetzt zum Beispiel ein starker Move im Gold kommt, die US-Märkte oder generell die Indizes aber noch gar nichts tun, vielleicht kann man daraus dann sogar ein Trade machen, dass man sagt, Mensch, die Korrelation bei der Märkte ist eigentlich so und so, der eine Markt pusht schon stark, ich gehe mal davon aus, dass dann der andere Markt das vielleicht aufholt oder irgendwie einen entsprechenden Move deswegen macht, also somit ist dieser Korrelations-Trader natürlich auch relativ interessant. So, wir überspringen dieses Excel-Tool, wir überspringen erstmal den Market Manager, wir überspringen erstmal, das werden wir am Schluss noch eingehen, das Mini-Terminal, gehen nochmal ganz kurz auf den Sentiment-Trader ein und jetzt wird es eigentlich für euch, jetzt wird es auch schnell, wir gehen das relativ zügig jetzt durch, denn diese Tools sind bei meiner kleinen Auflösung leider Gottes dann auch sehr, sehr klein. Ich will euch nur erklären, was das ist, Sentiment. im Endeffekt ist es so, vielleicht kennt ihr das Euwax-Sentiment, wer es nicht kennt, Sentiment-Indikatoren weisen ja Stimmungen auf, also wie sind Marktteilnehmer positioniert beziehungsweise wie sind aktuelle Marktmeinungen und dieser Sentiment-Indikator, der misst hier die Meinung beziehungsweise die Positionierungen der Marktteilnehmer, der Kunden von JFD und wenn man jetzt hier, weiß ich jetzt, hier ist der US-Dollar, japanische Yen drin und wie gesagt, relativ klein, ich kriege es leider nicht größer hier zumindest, ich kann das nochmal versuchen, doch, ich würde es größer kriegen, aber ich kriege das Fenster halt nicht größer, wir haben jetzt hier aktuell US-Dollar, japanische Yen drin und hier sind die Marktteilnehmer leicht positiv, also die Positionierungen sind etwas mehr Long-Tendierend als Short-Tendierend und hier kann man einfach sich Gedanken machen, in der Regel sind Sentiment-Indikatoren, Kontra-Indikatoren, also nicht selten ist es halt so, wenn man einen starken Überhang auf der einen oder anderen Seite hat, dass der Markt genau das Gegenteil macht, ich habe jetzt zugegebenermaßen die Sentiment-Indikatoren noch nicht so ausgewertet bei JFD, aber es ist einfach ein Sentiment-Indikator, man sollte wissen, was hier überhaupt berechnet wird, dann kann man sich das mal anschauen, man kann das mal beobachten, man kann sich das auch unten mit dem Chart anzeigen lassen teilweise, Symbole wechseln und auch hier direkt drin ordern dann und man sollte einfach wissen, wie gesagt, Sentiment-Markt-Meinung der aktuellen Positionierungen der Kunden und das besprechen wir zum Beispiel auch immer in den Live-Streams, Live-Trading-Room, Euwax-Sentiment, Fear and Greed-Index in den USA und so weiter, genau das sind auch Sentiment-Indikatoren, die eben Marktstimmungen messen, ganz kurz erklärt, was das Ganze ist, Session-Map auch interessant, allerdings ist das jetzt nichts für die Ewigkeit in meinen Augen, und das braucht man nicht zwingen, das habe ich aus Versehen weggeklickt, im Endeffekt hier unten sieht man es fast größer als im Endeffekt hier, es ist im Endeffekt eine Landkarte, die zum einen die aktuellen Kernhandels-Sessions zeigt, also es ist ja so, die Welt dreht sich ja logischerweise, das ist immer alle und wir haben eben erst quasi die Hongkong-Session, also die asiatische Session, dann geht es über in die europäische Session, um dann eben auch in den US-Markt weiter zu laufen, also der Handelstag quasi beginnt asiatisch, wenn wir aufstehen und anfangen zu traden, beginnt dann eben auch die Europa-Session, London-Session auch ganz gern genannt, weil eben da der Startschuss quasi in London mit nochmal einer Stunde Zeitverschiebung gegeben wird und dann haben wir hier im Prinzip die Kernhandelszeit in Europa und jetzt eigentlich um diese Uhrzeit hört das ja in Europa so langsam auf und es geht dann entsprechend weiter in den USA, denn da haben wir es jetzt gerade New York sechs Stunden zurück, Viertel vor zwölf, Mittagszeit in den USA, bei uns hört der Handelstag so langsam auf, klar, die Märkte laufen hier auch noch weiter, auch die Märkte grundsätzlich laufen ja teilweise fast 24 Stunden, aber es geht hier um die Kernzeit und die Kernzeit geht eben in den USA und dann auch wiederum in den USA bis zum Abend, somit ist dann als letztes die US-Session und dann geht es ja schon fast wieder los mit der asiatischen Session und das wird hier einfach grafisch dargestellt plus und das ist dann nochmal interessant sieht man unten ihr seht so ein bisschen orange und grün, orange und rot einfach wichtige Wirtschaftskennzahlen die hier teilweise dann in dieser Grafik die dann zu bestimmten Uhrzeiten rauskommen da sieht man okay unten da kommt irgendwann bald was Rotes und dann muss man sich einfach mal damit beschäftigen was ist das ist das interessant oder nicht und das bedeutet halt diese Session Map Stils Order können wir überspringen das ist im Endeffekt ein Tool wo ihr auch Orders eingeben könnt hierzu ganz kurz zur Erklärung grundsätzlich ist es so wenn ich jetzt hier eine Order platziere wenn ich jetzt sage okay ich lege eine Verkaufsorder jetzt rein Market von mir aus also drauf drücken Order drin zack dann ist die Order quasi auf dem Server von JFD beziehungsweise ist quasi scharf wenn man es mal so nennen möchte und sobald der Markt quasi dort hinkommt oder wenn ich auch einen Stop habe und der Markt kommt dorthin dann wird der natürlich sofort ausgelöst also es liegt direkt auf dem Server und somit kann ich dann natürlich wenn diese Order wenn sie einmal eingegeben ist dann kann ich natürlich auch die Software schließen weil die Order liegt ja auf dem Server kann die Software schließen kann den Rechner mitnehmen kann den nächsten Straßenkaffee wieder aufklicken macht die Software wieder an sehe meine Order kann sie natürlich wieder verändern wenn zwischendurch aber irgendwas passiert ist gerade was Stops betrifft Take Profits betrifft dann würden diese Orders dann auch ausgeführt werden wenn mein Rechner dicht ist aus ist abstürzt Stromausfall was auch immer wenn ich dieses Steals Order wie man es auch immer ausspricht nutze das ist eine Möglichkeit Orders auch einzugeben aber sie liegen noch auf dem Rechner und werden erst dann zum Server weitergeleitet wenn sie dann angetatscht werden vom Markt das hat den Hintergrund wenn man zum Beispiel bei einem Market Maker agiert der natürlich dann als Gegenpartei auch all meine Orders sieht und so ein bisschen Schiss habe dass der dann eben einfach schön meine Stops fischt oder in Summe vielleicht die Stops fischt da wo mein Stop auch liegt und habe da so ein bisschen Schiss vor dann kann ich natürlich diese Situation nehmen wir sind bei JFT aber nicht beim Market Maker sondern wir haben als Gegenpart nicht einen Market Maker sondern wir haben einen Liquiditätspool wo zwar auch im Endeffekt Market Maker dahinter stehen aber eine ganze riesen Bandbreite und von daher ist in meinen Augen diese Order oder diese Möglichkeit hier eigentlich nicht gerechtfertigt oder benötigt man nicht weil einfach dieses Stop Phishing wie das gerade früher schon praktiziert wurde von Market Makern in diesem Sinne eigentlich hier gar nicht besteht aber man hat dann eben auch die Möglichkeit zu ordern die Orders liegen dann auf dem Rechner Nachteil an der Geschichte wenn ich den Rechner ausmache passiert da auch nichts also dann ist der Rechner aus weil die Order liegt auf dem Rechner wenn ich den Metaträder schließe dann ist dicht Schluss vorbei da wird nichts weitergeleitet und das kann natürlich gefährlich werden gerade wenn es um Stops geht oder so und der Rechner stürzt ab und ich habe eine offene Position und kann den Rechner irgendwie auch nicht schnell reaktivieren habe vielleicht auch nur einen Rechner dann gibt es natürlich noch das Handy App das hat man vielleicht gerade nicht drauf Internet ist vielleicht auch gerade weg bei Stromausfall dann ist halt doof bleibt im Endeffekt nur der Notanruf beim Broker und da ist es eben glaube ich gar nicht so einfach eine Position mal kurz telefonisch zu schließen sondern ich glaube JFD will mich lehnen mich jetzt aus dem Fenster bin mir nicht sicher aber ich glaube es geht über das Telefon nicht ganz so einfach aber gut Tickshard Trader lassen wir auch sein da kann man sich das Ganze im Tickshard anschauen ist jetzt nicht ganz so interessant und Trade Terminal lassen wir auch mal außen vor hier hat man im Prinzip wir gehen jetzt abschließend nochmal auf das Mini Terminal ein weil es dann in meinen Augen das eigentlich wichtigste Tool ist was man immer noch nutzen kann und im Endeffekt ist dieses Trade Terminal nur nochmal eine Erweiterung des Mini Terminals und man hat ich ziehe das Mini Terminal schon mal rein man hat beim Trade Terminal einfach nochmal zusätzlich eine Übersicht der offenen Orders so wie ihr es dann hier von diesem Terminal hier oben kennt wo dann hier unten die offenen Orders stehen ausgeführte Trades und so weiter das hat man im Trade Terminal dann auch nochmal und man hat für verschiedene Märkte quasi viele viele kleine Mini Terminals aneinander gereiht ist in meinen Augen nicht notwendig gibt es alles auch normal im Meta Trader ich brauche es nicht wenn dann wäre hier natürlich so ein Mini Terminal interessant ihr kennt das hier oben normalerweise hier hat man ja auch so eine Art Terminal man kann hier die Positionsgröße einstellen man kann hier Market verkaufen und kaufen das ist relativ einfach ein Klick und ich bin im Markt drin und das ist relativ easy aber man ist begrenzt auf kaufen, verkaufen und entsprechend hier Positionsgröße so und so ein Mini Terminal ist da einfach ein bisschen umfangreicher entschuldigt entschuldigt Moment ich muss mal einen Schluck trinken so jetzt bin ich wieder da man kann hier zum Beispiel schon mal von vornherein einen Stop Loss einstellen man kann einen Take Profit einstellen man könnte hier auch einen Trailing Stop einstellen und dann sind die Button hier erstmal genau die gleichen Market kaufen Market Market verkaufen aber entsprechend wird dann wenn ich hier dann eben Stop Loss weiß ich ich gebe jetzt mal hier 25 ein dann hat entsprechend wird 25 Punkte höher oder 25 Punkte tiefer man muss allerdings hier so ein bisschen aufpassen teilweise nimmt er nicht Punkte sondern Ticks also die Stelle hinterm Komma da muss man ein bisschen gucken was natürlich auch ob man nur eine Währung handelt oder ob man eben einen Index handelt da muss man sich auch wieder reinfuchsen also übt das bitte alles am Demo ja und probiert euch da aus aber es ist natürlich ein wirklich interessantes Tool und man kann dann hier eben entsprechend noch einen Take Profit eingeben so und wenn ich jetzt dann eben kaufe zum Beispiel dann wird eben automatisch wenn ich dann die Order eingebe die dann natürlich hier dann jetzt kaufen wäre ja hier dann eben der Kauf diese Kauflinie zu sehen und automatisch würde sich dann hier 25 Punkte tiefer entsprechend die Stop Order platzieren und entsprechend 50 Punkte höher zum Beispiel den Take Profit ja das mache ich immer zwar händisch um eben ja Fehler vorzubeugen auch immer wirklich sicher zu sein okay passt das auch so ist natürlich Mehraufwand und der eine oder andere möchte diesen Mehraufwand nicht haben und hat dann eben hier die Möglichkeit entsprechend das zu automatisieren quasi so man hat aber auch noch viel mehr Möglichkeiten ich lese nur mal ganz kurz nochmal die Fragen so genau also Ralf das beantwortet sich zum Beispiel jetzt hier so ein bisschen mit Ralf fragt an der Stelle gibt es die Möglichkeit einen automatischen Punkte abhängigen Stop setzen zu lassen und das machen wir jetzt hiermit das ist sonst nicht ganz so einfach wir sind zwar gerade dabei mit unserem Programmierer mit meinem Hausprogrammierer hier nochmal so ein Panel zu programmieren aber hier habe ich natürlich mit diesem Mini Terminal genau diese Möglichkeit ich kann natürlich ich muss keinen Take Profit einsetzen das kann man bei 0 lassen und wenn ich jetzt hier entsprechend kaufe oder verkaufe entspricht hier dann eben automatisch oder ist dann automatisch quasi der Stop im Markt drin also einfach mal ausprobieren gerade hier gucken was man an Zahlen eingeben muss das ist teilweise je nach Markt ein bisschen unterschiedlich ja und dann geht es eben auch grundsätzlich um die Positionsgröße ja wir haben jetzt hier Lots 0,1 und hier kann man dann auch grundsätzlich halt entsprechend die Positionsgröße ganz simpel das ist ja nichts kriegsentscheidendes dann eben entsprechend die Positionsgröße ändern und dann weiß ich okay zwei CFDs oder zwei Lots wie auch immer dann eben mit dem Stop 25 kaufen verkaufen entsprechend wird der Stop natürlich drüber oder drunter automatisch gesetzt ganz klar so gibt es auch für den MD5 das Tool um 5 1 Minuten Kerzen in der 5 Minuten Kerze anzuzeigen wie heißt es Hans Joachim ist mir jetzt nicht bekannt zugegebenermaßen dass ich gibt es auch für den MT5 das Tool um 5 1 Minuten Kerzen in der 5 Minuten Kerze anzuzeigen also quasi einen 1 Minuten Chart in einem 5 Minuten Chart habe ich zugegebenermaßen noch nicht gesehen zumindest von JFD gibt es sowas meines Erachtens nicht ich kann mich gerne mal damit beschäftigen sicherlich gibt es solche Tools aber gibt es das von JFD das ist ein Indikator ok den kenne ich jetzt zugegebenermaßen nicht da muss ich passen brauche ich für mein Trading auch nicht wirklich von daher kann ich da leider jetzt nicht so weiter wir machen nochmal wir haben gar nicht mehr so viele Minuten wir wollen nochmal ganz kurz jetzt hier durch die Möglichkeiten des Mini Terminals durchgehen aber man sollte sich das wie gesagt sowieso dann entsprechend selbst nochmal sich mit beschäftigen weil es gibt viele viele kleine Häkchen die man setzen kann so das lese ich nochmal ganz kurz musst du Heiko Behrendt fragen schreibt der Thomas M-Candle Indikator Codebase Candle in Candle ok ja also da kenne ich mich nicht so aus scheiden wir halt Heiko Behrendt so einen Indikator ja gerne dann da mal fragen so also gehen wir nochmal hier man hat den Punkt Einstellungen ja und automatische Aufgabe und man hat hier oben nochmal so ein rotes Häkchen oder so ein rotes Feld Order platzieren oder eben Order Möglichkeiten vorher einzustellen und hier wird es noch ein bisschen detaillierter wir hatten jetzt hier automatisch Stop Loss automatisch Take Profit und wenn ich auf diesen grünen Knopf drücke öffnet sich wiederum ein Fenster ich muss wieder meine SDK nehmen hier geht es leider nicht also das wird natürlich bei euch größer dargestellt bei mir ist es relativ klein ich kann es jetzt hier auch nicht größer stellen aber man kann sich jetzt hier wiederum auch nochmal so fertige Order Templates erstellen um im Endeffekt dann auch das Ganze noch ein bisschen detaillierter zu machen kann diese schlussendlich dann auch speichern und dann wieder hervorrufen also beschäftigt euch einfach mal damit da kann man dann entsprechend auch nochmal die Trailing Stops ein bisschen besser einstellen und so weiter leider Gottes ist jetzt bei mir zu klein um jetzt hier auch mit euch das durchzugehen gehen wir auf den blauen Button hier oben Einstellungen hier kann ich es größer drehen wiederum und jetzt habt ihr hier wiederum nochmal so Punkte wie Terminal andocken Schad freigeben Autofunktionen einstellen beziehungsweise Einstellungen wenn ihr auf Schad freigeben geht und da kam letztes Mal die Frage das letzte Mal im Add-on Webinar die Frage wie kann ich denn aktuell ist es ja so dass dieser Schad hier im Hintergrund ja quasi mit dem Metatrader 1 ist also ich kriege jetzt den Schad nicht aus der eigentlichen Software raus ich kann ihn zwar hier kleiner machen ja jetzt habe ich diesen US-Markt hier kleiner gemacht aber hier ist alles Grenze ich kann das nicht rausschieben so ich kann jetzt allerdings machen wir den erstmal wieder groß in diesem Mini-Terminal Schad freigeben klicken ja muss ich nur gucken wo er hin ist ist er weg doch hier oben ist er ja und jetzt Moment wobei ich jetzt klicke ich ihn klein ein bisschen jetzt ziehen wir den erstmal so ein bisschen größer so und jetzt kann ich den Schad rausschieben zack weg ist er jetzt habe ich den auf meinem anderen Bildschirm hier jetzt kann ich den in den dritten in den vierten Bildschirm hier ziehen und zack jetzt muss ich wieder im Kreis gehen und dann komme ich wieder zurück mit dem Schad und kann das hier quasi frei bewegen das ist natürlich sehr sehr interessant gerade wenn man mit einem Rechner arbeitet der größere der mehrere Rechner hat kann ich das natürlich dann variabel platzieren und ich kann theoretisch den Metatrader schön mir anordnen auf sechs verschiedenen Bildschirmen oder so so jetzt klicken wir hier wieder drauf nehmen halt aufs blaue muss ich klicken und gehen jetzt hier wieder auf Schad andocken heißt es dann glaube ich wieder so zack und jetzt ist das wieder rückwirkend jetzt ist der Schad wieder drin also ich kann dort Miniterminal öffnen dann kann ich jeden Schad im Endeffekt freigeben machen wir das wieder groß also das ist auf jeden Fall eine sehr sehr interessante Geschichte wenn man schlussendlich mehrere Bildschirme hat und das dann eben verteilen möchte gehen wir wieder auf diesen blauen Punkt scroll ich das wieder größer das ist ein bisschen nervig jetzt entschuldigt aber das ist eben bei mir so jetzt können wir nochmal Terminal andocken das ist genau das gleiche was jetzt das Terminal betrifft aktuell ist das quasi freigegeben jetzt habe ich es wieder auf dem anderen Bildschirm ich kann das ohne Probleme nach oben nach unten überall schieben wenn ich Terminal andocken mache dann ist wiederum das Terminal auch quasi mit dem Metatrader verbunden ich kriege es nicht raus ja so gehen wir nochmal auf den Punkt Einstellungen und jetzt kommt wieder der Punkt wo ich es nicht größer schieben kann leider Gottes ihr könnt es wenn ihr es schon habt geht hier mal durch man kann ja auch noch diverse Einstellungen machen wieder bezüglich dieses Mini Terminals ich muss wirklich ganz dicht rangehen das ist bei mir extrem klein jetzt wenn ihr mich jetzt sehen würde vor dem Regner da steht Bestätigung von Sofortkauf und Sofortverkauf okay das ist zum Beispiel ein schöner Punkt wo ich dann nochmal eine Bestätigung klicken möchte dass ich nicht aus Versehen kaufe oder verkaufe das passiert natürlich auch hin und wieder wenn ich jetzt hier quasi irgendwie mit der Maus agiere am Rechner und dann aus Versehen auf den Sell oder Buy Button komme dann ist es ja aktuell so dass sofort die Order drin ist und wenn ich das natürlich dann mal aus Versehen mache habe ich auf einmal eine Order online und wenn ich das dann vielleicht dummerweise nicht mal mitbekomme und auch nicht den am Anfang erwähnten Alarmmensch offen habe der mir hier offene Positionen zeigt beziehungsweise mich alarmiert pass auf da ist eine Position ohne Stop dann kann das mitunter ein bisschen blöd laufen so und von daher könnte man hier ich habe es nicht für mich aber man kann es hier einstellen im Prinzip diese Häkchen reinsetzen und dann würde man nochmals ich gehe auf Buy dann kommt noch mal ein Button willst du kaufen ja will ich und dann würde man halt quasi einfach die Order noch mal bestätigen und dann gehe ich noch mal eine Position tiefer bestätigen dass alle Positionen geschlossen werden gut da weiß ich jetzt gar nicht inwiefern das dann eben funktioniert und genau das ist noch mal wichtig hier darunter steht Hedging ausschalten es ist ja grundsätzlich so aktuell wenn ich eine Position oder Metaträder grundsätzlich ich kann ja Long und Short Positionen gleichzeitig eingeben also ich kann eine Long Position halten und ich kann eine Short Position halten was grundsätzlich keinen Sinn macht ja wenn ich eine Long Position habe und eben eine Short Position habe bin ich netto null ja weil die Long Position wird verdienen und die Short Position wird im gleichen Maße verlieren so jetzt wird der eine oder andere sagen naja dann gehe ich eben drei Long und nur zwei Short naja dann bin ich netto aber nur eins Long und wenn ich das eben hier ausschalte dann kann man das im Prinzip so machen dass ich dann wirklich nur die Netto Positionen habe also wenn ich nicht das ist zum Beispiel auch fürs Ausscalen oder irgendwas interessant also wenn ich jetzt hier drei CFDs Long habe und gehe dann im Prinzip zwei Short dann bleibt eins Long übrig ja und dann wird eben nicht die Short Position eröffnet und gleichzeitig die Long Position sondern es wird im Prinzip gegengerechnet sozusagen das ist eigentlich sinnvoll um gerade wenn man Positionen länger hält und ich hatte dort zum Beispiel auch jemanden mit dem mich der mich angeschrieben hat Mensch Markus guck doch mal über meine Trades ich habe hier auf einmal irgendwie einen riesengroßen Verlust aufgebaut und hier entstand der Fehler aufgrund dessen dass ja teilweise auch natürlich so ein bisschen durch Unwissen muss man sagen er hat eben Long und Short Positionen immer aufgebaut auch in riesen Größenordnungen da bewegt sich natürlich erstmal grundsätzlich das Konto nicht großartig aber es gibt Swap Gebühren und es gibt natürlich wenn ich große Positionen eröffne kostet mich das natürlich auch immer Geld und er hat dann immer irgendwie die Positionen die im Gewinn waren geschlossen ja und also ziemlich tricky die ganze Geschichte aber im Endeffekt macht dieses dieses Long und Short Gedöns gleichzeitig im CFD keinen Sinn da können wir auch gerne als Thematik nochmal irgendwann anderswo auffassen und von daher kann man das hier ausschalten und dann ist man im Prinzip nur die Netto Position Long oder Short und spart sich hier entsprechend dann auch diverse Gebühren so das soll zu meiner Seite gewesen sein ein kleiner Ausflug durch die Add-on Welt des Metatrader 4 wie gesagt im Metatrader 5 ist das alles ähnlich aufgebaut die Funktionen sind ähnlich die Add-ons sind ähnlich oder annähernd gleich und es ist das eine oder andere dabei was wirklich sinnvoll ist was einem auch bestimmte Dinge erklärt das Verständnis zu bestimmten Situationen am Markt gerade was diese Korrelationsmatrix betrifft und so weiter also das ist schon mitunter recht interessant alles keine Features die einem jetzt extrem von heute auf morgen zum besseren Trader machen aber natürlich schlussendlich Hilfsmittel die da teilweise gar nicht so uninteressant sind und von daher denke ich auch der ein oder andere wird auch das ein oder andere Add-on dann mal nutzen um eben da sich diverse Informationen vom Markt reinzuholen in diesem Sinne soll es das dann auch schon von meiner Seite wieder gewesen sein ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin Good Trades und Mega Trading wir hören uns gerne in den entsprechenden Livestreams im Live Trading Room in Webinaren und so weiter und in dem Sinne wie ist meine Mailadresse die kann ich gerne nochmal reinschreiben wenn es dort irgendwie Fragen gibt so so Klebe so zack da ist dann nochmal meine Mail Moment also wenn ihr irgendwie Fragen habt gerne hier eine Mailadresse hin ja also Kasa nochmal hier kommt eine Frage also ich verspreche schon seit fast Monaten muss ich sagen dass ich ein paar Indikatoren rausschicke nun muss ich dazu sagen mein Programmierer ist leider aus persönlichen Gründen jetzt eine ganze lange Zeit lang ausgefallen es ist jetzt so langsam fertig und ich verspreche dass diese Indikatoren zeitnah rausgehen ich weiß ich verspreche das schon weil ich auch Asche auf mein Haupt dass ich es bis jetzt nicht geschafft habe der eine oder andere der wird schon sehnsüchtig drauf warten ich habe so ein paar Indikatoren in den Livestreams und die ich immer nutze die ich gerne euch zur Verfügung stelle die schicke ich raus und wer da eben gerne diese Indikatoren haben möchte kann mir auch gerne entsprechend eine Mail schicken in diesem Sinne nochmals euch einen wunderschönen Abend passt auf beim Traden bis dahin euer Markus Klebe bei bei und ciao 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 Vielen Dank.